Als wissenschaftlicher Koordinator von Dresden-Konzept, der Allianz für Wissenschaft und Kultur in Dresden, begrüße ich es sehr, dass sich die Stadt Dresden auch zu dem Exzellenzthema bekennt. Die Stadt unterstützt damit ganz wesentlich die Initiative der TU Dresden in der laufenden Runde der Exzellenzstrategie. Als Wissenschaftler muss ich sagen, dass man hier in Dresden ein ganz hervorragendes Umfeld vorfindet und ich bin auch immer wieder erstaunt, wie interessiert die Dresdner Bevölkerung an wissenschaftlichen Themen ist. Schließlich als Wissenschaftler kommt es auch darauf an, ein sehr angenehmes, tolles, persönliches Umfeld zu haben und genau das bietet uns Dresden.